Der letzte Mythos lautet, LDL produziert Fehler, die die Schülerinnen und Schüler dann übernehmen. Meine Antwort darauf lautet, zum Glück produzieren die Schülerinnen und Schüler Fehler. Sie haben keine Angst, welche zu machen. Denn wenn ich einen Fehler mache, ist es ein Zeichen, dass ich mich mit einer Thematik auseinandersetze und durch meinen Fehler lernen kann. Die Schülerinnen und Schüler gehen ganz offen mit Fehlern um, denn sie wissen, dass diese Unsicherheiten mit der Lerngruppe zusammengeklärt werden. Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Stunde vorbereiten, zeigen sie mir, wie sie das Thema verstanden haben, wie sie es mit dem Vorwissen verknüpfen und mit Hilfe, welche Aufgaben sie den Stoff mit der Klasse üben wollen. Im Gespräch merke ich ziemlich schnell, wie sie das Thema wirklich verstanden haben. Wenn ich Unklarheiten entdecke, werde ich gezielte Fragen stellen, sodass das Duo sieht, dass sie in dem Bereich was ändern, ergänzen oder neu denken sollten. Die für die Klasse gedachten Übungen werden auch unter die Lupe genommen. Und absichtlich lasse ich ein paar Fehler drin. Das können klar erkennbare Fehler oder schwierige, tiefgreifende Fehler sein. Warum mache ich das? Im Gespräch mit der Klasse werden diese Unsicherheiten ans Licht geführt. Und gemeinsam werden die Schülerinnen und Schüler diese Fehler klären. Das verlangt Selbstvertrauen bei den Schülerinnen und Schülern. Bis jetzt fühlte ich mich sicher in meiner Komfortzone. Jetzt bringt er mich total durcheinander. Ja, die Person, die sich gerade in einer unsicheren Situation befindet, wird nicht alleingelassen. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen die Situation wahr und werden gemeinsam das Problem lösen. Hier hilft, Ruhe behalten, sich Zeit nehmen zu denken, die entdeckten Probleme der Lerngruppe anzuhören, ihre Unsicherheit und Probleme mit eigenen Worten zu beschreiben. Wichtig ist der Umgang miteinander beim Entdecken eines Fehlers, wie beim Laufen lernen. Von niemandem bin ich aufgeklärt worden, wie das Laufen funktioniert. Erst beim Ausprobieren, beim Scheitern, habe ich entdeckt, wie es geht und bemerkt, worauf ich Acht geben soll. Eine tolle Lektüre zum Thema ist die Schönheit des Scheiterns von Charles Pippa. Mein Fazit zu diesem Mythos lautet, eine Fehlerkultur ist ein unabdingbarer Bestandteil von LDL. Fehler werden und müssen gemacht werden. Der Umgang mit ihnen findet potenzialorientiert innerhalb der Lerngruppe statt. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020